Hallöchen zusammen, ja, da jetzt doch schon einige Male die Frage gestellt wurde, ob ich nicht mal eine Roomtour machen kann, dachte ich mir jetzt so, ja, an Betracht dessen, dass ich ja wahrscheinlich nicht mehr lange hier in Berlin bin, dass wir doch einfach mal so eine kleine Roomtour machen, bevor ich denn diese Wohnung hier verlasse. Ich mache die Wohnung an sich sehr gerne, auch das Handtuch, was dort liegt, um die Tür abzudichten, wenn es kalt draußen ist. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal los. Ich stehe jetzt hier gerade in der Eingangstür, da, Eingangstür, die sieht glaube ich größer aus, als sie tatsächlich ist, und dort ist die Klingelanlage mit Schalter und Steckdose. Das Ganze setzt sich fort durch diesen nicht allzu langen Flur, da hinten ist die Gatzenecke, hier rechts geht es in das Badezimmer. Ja, ich habe gerade geduscht, zum Glück sieht man die Verschämung nicht. Was? Ich war das nicht. So, wenn man jetzt hier mal so rechts reinschwenkt, hat man hier die Küche mit einer kleinen Pflanze, die immer noch lebt. Ich staune, sieht nicht allzu doll aus, eine Junggesellenbude eben, da ist so Waschbecken und so ein Zeug, das Übliche, da ist ganz viel Papierkram, ein Tischruf, den man lassen kann, ein Kühlschrank, anderes Gefühl, was man sonst in der Küche findet. Eine Waschmaschine und natürlich ein kleiner Grill, wenn mal Kumpels da sind, Gewürze und meine heiß geliebte Kochecke mit feuren Messern und Haushaltsrolle. Wenn wir jetzt hier mal so weitergehen, dann haben wir da einen Spiegel, nein, ich zeige mich jetzt gerade nicht, uh, da bin ich, kommt mich gerade aus der Dusche und sieht ziemlich verwuschelt aus. Das hier ist das Wohnzimmer, nicht gerade klein, aber auch nicht riesig, die Pflanze da oben ist am Sterben, warum auch immer. Hier ist es etwas dunkle, ich hoffe, man sieht das alles noch halbwegs. Das ist der Router, der mich mit dem Rest der Welt verbindet, ein Bildschirm, der gerade nicht verwendet wird. Und ein richtig genialer Sessel, der irgendwas, boah, der war überteuer damals gewesen. Ja, das Bild ist gerade nicht so gut, leider, ich nehme mit dem Tablet auf, ich habe meine Kamera in der Schweiz gelassen. Hier ist ein riesiger Schrank, in dem fast nichts drin ist. Ähm, joa, immer noch ein riesiger Schrank, in dem nicht viel drin ist. Das da ist meine Katze, es ist leider etwas dunkel. Uh, hallo, miau. Das hier ist ein Glastisch, auf dem auch nicht viel draufliegt. Das ist eine Couch, auf der Briefe draufliegen und ein bisschen anderer Krams. Das ist der Staubsauger. Ähm, ein Wäschekorbel, in dem wenig Wäschel drin ist. Eine Krimskramskiste. Äh, und dann kommen wir schon zum letzten Zimmer, dem Schlafzimmer, wo ziemlich eigentlich... Jetzt klingt es doof, wenn ich sage, wo der Rest des ganzen Geschehens stattfindet, aber egal, ignoriert das bitte. Da kommst du hier so rein, ne, hier ist so eine Türschwelle und, äh, dann hast du hier so einen wunderbaren Panoramablick, so auf ein paar Quadratmetern. Ein Bett mit Kuscheltieren, Kuschelkissen, ja, sowas besitze ich tatsächlich und mir ist es nicht peinlich und wer jemand sagt was dagegen. Das ist mein Notebook, ich bin fast über die Tasche geflogen. Der Kratzbaum, anderes Krimskrams, äh, meine Let's Playstation, die jetzt nicht so riesig ist. Ein Mikrofon. Und das hier ist mein Rechner. Stellt euch vor, die alte Blechschüssel, die ist von außen alt aus. Innen sieht es anders aus. Eine, äh, unechte Steinwand, die so damals eigentlich für diesen unechten Kamin, den man nicht richtig erkennen kann, so als, ja, Schornstein quasi so vom Aussehen her dienen sollte. Das gehört eigentlich zum Sessel, das Teil, und, ja, das war es eigentlich schon gewesen. Viel mehr gibt es in meiner Bude gar nicht zu sehen. Das Bild da oben hat mein Bruder, der Xiflund, mal gemalt. Ich liebe dieses Bild, sieht einfach so genial aus. Und, ja, das war es eigentlich schon gewesen, ne. Soviel zur Roomtour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich persönlich fände es ja eigentlich schon fast langweilig, so eine Roomtour von meinem Zimmer, aber, naja, vielleicht ist es für andere mehr interessant wie für mich. Und dann verabschieden wir uns mit einem recht herzlichen Dankeschön fürs Reinschauen und natürlich mit einem recht herzlichen Miau.